Ich auch. Vielleicht haben wir noch einen Rest des Lebens. Okay, dann lass einfach hier irgendwo... Lass mal hier letztendlich laufen und nicht sterben. Jetzt lass schnell in die Stadt laufen. Einfach in die Stadt diesmal. Kalle und so sind das. Das ist einfach eine ganz schlechte... Möglich... Ich weiß gar nicht, woher die uns jetzt gesehen haben. Die haben uns gar nicht gesehen. Ich weiß... Oder hast du mal nicht gesneakt? Ich glaube, ich habe nicht gesneakt, als ich geschossen habe. Und außerdem haben sie wahrscheinlich die Schüsse gehört. Wo bist du jetzt genau hingelaufen? Ich bin in die Stadt. Da ist so ein rotes Backsteingebäude. Und da versuche ich gerade einen Weg reinzukriegen. Ach, da hinten. Oh, Sneak, nicht den Namen. Ey, wir sind... Ich muss hinkommen, aber ich weiß nicht. Okay, wir sind gleich raus. Ich sehe hier Namen. Bist du das? Bist du auf der Straße? Ja. Dann komm hierher. Hier, guck mal. Hier, siehst du mich? Hier. Ich sehe dich nicht. Hier, an der Tankstelle, sage ich mal. Wo die Hexe ist. So, da hinten. Da bin ich gleich vorbeigelaufen, oder? Ja, komm her. Wir müssen uns beeilen. Wir dürfen nicht so lange hier stehen bleiben. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo du jetzt hin bist. Hier, an der Tankstelle. Hier, bist du das? Hier, guck mal hier. Ja, siehst du dich. Komm einfach mit. Das rote Haus. Da gibt es viele rote Häuser. Ja, ich bin aber das eine da. Oh shit. Weißt du, was krass ist? Ich habe meine Waffen noch gar nicht nachgeladen. Boah, mach es jetzt gleich im Haus. Hier ist so ein Haus. Du bist da rübergelaufen. Ich bin jetzt hier. Hier ist so ein grünes Haus. So ein weißes Haus mit so einem grünen Eingang. Jetzt komm. Rechts rein jetzt gleich die nächste Straße. Rechts rein. Da oben drauf? Ja, hier. Hier rein. Das Haus, genau. Ach rein? Ja, hier bin ich. Aber wir haben jetzt nur Leben. Ey, wir fliegen als erstes raus. Ich muss ja sagen. Da hinten sind Namen. Da hinten sind Namen. Das sind zwei Namen. Hast du dir gesehen? Da vorne, hier. Hast du gesehen. Dass ich die Tür nicht öffnen kann, ohne zu sneaken? Ohne nicht zu sneaken? Ja, das auch. Digga, die sehen uns. Die sehen uns 100 pro. Ich weiß. Ich snipe da jetzt gleich mal durch. Oh, hab ich die auch nicht geladen? Ich hab immer auch so geschossen. Weißt du, das ist ja jetzt für die Zuschauer. Wir machen das ja jetzt zum zweiten Mal, weil die erste Aufnahme nicht geklappt hat. Und bei der ersten Aufnahme bin ich mit meinem Teampartner, der damals ein anderer war, sind wir einfach dritter geworden. Und jetzt hier mit Oni. Ich bin einfach schlecht. Mit Oni läuft es einfach nicht. Das Ding ist, bei mir immer, wenn ein Gegner kommt, fängt das übelste Slacken an. Ich weiß noch, ob das auf meinem PC liegt, oder? Ohne, die kommen hier. Die kommen hier. Ohne, die kommen. Ich beobachte die Tür. Ohne, die kommen von der anderen Seite. Nee, warte. Warte, guck mal, hier sind die Namen. Hier auf der Straße, Mitte. Ich seh's. Bleib mal da in die Tür rein. Wir werden sterben, Alter. Wer ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich kann es von hier aus nicht sehen. Ich sehe nur, dass es das Namen sind. Aber wir sneaken hier beide. Also es ist ja halb so wild. Aber die haben uns vorhin gesehen. Also die Türen kann ich nicht öffnen, wenn ich nicht, also... Können wir irgendwie nach oben gehen? Oh, das sind noch zwei Namen. Oh, scheiße. Oh, halt ich sneaken. Halt ich sneaken. Halt ich sneaken. Warte, wir müssen einfach gucken. Ich weiß nicht, was wir gucken. Ey, wir müssen drauf gucken. Wir fliegen gleich als erstes raus. Ist doch klar. Guck mal, wir dürfen nicht noch mal respawnen. Wir haben kein respawn-Ticket mehr quasi. Wenn du stirbst, bin ich alleine. Und wenn ich sterbe, bist du alleine. Und dann stirbst du und dann sind wir raus. Weißt du was, Dani? Hast du gerade geschossen? Nee. Ach so, wie sie komisch ist. Warte, da kommen zwei, oder? Nee, die sind im Haus. Dani, wie wär's, wenn wir einfach wegrennen? Du musst die Tür aber aufmachen dafür. Und dafür musst du ein Sneak sein. Sprinten wir jetzt? Nee, noch nicht. Aber das ist nur ein Balkon. Mach das Fenster kaputt. Komm, es ist jetzt auch egal. Lass uns das Fenster kaputt machen. Dann mach dir hinten zwei kaputt. Die zwei und da raus. Warte. Die Namen. Laufen? Laufen. Da lang. Einfach klar raus, lieber Dani. Da sind wir raus und wieder zur Kalle. Okay, dann laufen wir da rechts. Mein Gott. Weißt du, es ist aber hier eine Wand und da komme ich nicht durch. Natürlich kommen wir hier, komm mit. Oh, es sind viele Spinnen. Scheiße. Lauf da hinten hin. Nee, ist doch groß, wo die Spinnen. Achso. Komm mit. Dani, komm einfach durch. Nein, folge mir. Folge mir. Vertrau mir. Oh, was? Spinnen sie nicht schlimm? Komm mit. Vertrau mir, vertrau mir. Hier hinten haben wir aber wenigstens die Möglichkeit, wieder in ein Haus zu gehen. Wir müssen nur schnell sein. Ich seh dich. Aber warte, es läuft nicht da hinten rein. Oh Gott, Dani. Doch. Da hinten sind Namen. Ja, wir müssen uns den Berg verstecken. Wo bist du jetzt hingelaufen, verdammt? Ich bin hier rein. Bist du das? Ist das dein Name? Bist du da? Wo bist du jetzt hin? Wann sie meinen Namen? Ist das dein Name? Bist du das? Nein, Dani. Zeig mir doch, wo du hin bist. Ich bin in das Haus. Hier. Nein, welches? Das erste. Das erste aus Glas. Das erste aus Glas. Bist du das? Bist du das vom Haus? Ja. Mein Gott, dann. Gut. Wir sind jetzt hier. Oh, nee, ich hab Angst. Dani, komm mal da. Wir gehen wieder da hinten raus. Oh, nee, hier, guck mal. Hier ist eine Tür mit Druckplatte. Dani, aber hier ist die Kamera raus. Hier ist eine Tür mit Druckplatte und da geht's hoch. Hier sind aber... Komm bitte hier mit. Bitte komm hier mit. Komm bitte mit. Du willst hoch? Ich möchte hier hoch. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen. Gut, ich muss dann, wenn ich oben bin, einfach meine Settings-Chaster-Fan drunter stellen. Oh, wir werden als erstes rausfliegen. Wir werden sowas von rausfliegen. Wir sind sowas von am Arsch. Nee, am Ende überleben wir noch bis zum letzten Team. Weißt du, mein Ziel war es, dich als erstes rauszufliegen. Jetzt fliegen wir als erstes raus. Oh. Wir sind mir nicht, Dani. Sei doch mal ein bisschen optimistisch. Ja, optimistisch. Wir sneaken jetzt uns hier zehn Stunden... Bist du jetzt ganz noch... Bist du jetzt ganz noch oben? Ich gehe jetzt ganz noch oben. Wir sneaken uns jetzt einfach hier zehn Stunden hin, dann überleben wir das schon, ne? Nee, nicht die ganze Zeit sneaken. Das ist ja lange... Aber erstmal möchte ich einen Überblick... Alter, wie hoch geht denn das hoch? Schon ganz schön. Aber ich möchte erstmal einen Überblick haben. Hier sind Fenster und alles. Und... Bist du jetzt auf eine Trittplatte getreten? Ja, notfalls baue ich dir einfach die Wände ab, damit wir da noch durchsnipern können. Ich sage dir, ich baue die Wände ab, Oni. Ich baue für dich die Wände ab. Oh, das ist sehr beliebt. Spawn-Team ging nicht. Lol. Ne, ist dein Teampartner auch tot? Lol. Weil den Eisblöcken, die können wir nur nicht zerstören. Und wenn wir die zerstören, haben wir das Problem, dass dann überall Wasser fließt. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich höre über mir spinnen. Ich höre ekelhaft. Oh, warte, Dani, weißt du, was wir machen könnten? Hä? Ich platziere uns mal vor der Tür C4. Das ist eine gute Idee, aber erstmal ganz oben. Oder Claimers platziere ich mal nicht. Ich bin jetzt hier ganz oben. Ich gucke jetzt aus dem Fenster in die Stadt. Also da, wo die Stadt reingeht. Ich mache das Fenster mal kaputt. Meinst du, es reicht? Oh, habe ich außerdem geschossen? Ne, das war ich. Ich bin auf meine eigene Claimers gelaufen. Bist du... Okay. Ist okay, ich sage da nicht zu. Ich schaue jetzt mit der Sniper durch. Meinst ein Loch reicht? Oh, ich sehe da wem. Ich sehe da wem. Ich habe gerade... Der ist an der Tankstelle, wenn du meinst, was ich meine. Ich habe hier an die Tür eine C4 gehängt, ne? By the way. Da ist jemand an der Tankstelle. Also wenn jemand hochkommt und die Tür aufmacht, Dani, dann müssen wir einfach mal explodieren lassen. Oh, nie, das wäre an der Tankstelle. Wo ist die Tankstelle? Die Tankstelle ist da vorne, hier, wo ich durchsniper gerade. Kommt man hier noch irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Da hinten ist noch ein Gang. Hier ist noch eine Tür, wo es lang geht. Guck mal. Hier ist noch eine Tür. Ich weiß nicht, weil ich weiß, ob es hier hochgeht. Doch, hier geht es auch hoch, Oni. Hier. Ich habe schon mal gesagt, dass diese Mini-OC richtig scheiße ist. Nein, das hast du noch nicht. Aber danke für deine Mitteilung. Ja, weil wenn du sneakst und auf die OC wechselst, kannst du nicht mehr wegwechseln. Oni, hier ist halt auch... Stimmt. Oni, hier ist, äh, Dings. Noch eine Tür, wo es auch hochgeht. Wird es gerade tagt? Platz, da platziert halt auch einfach mal C4. Ja, ich gucke gerade noch mal. Hey, jetzt kann ich irgendwie nicht mehr so weit sehen. Lol. Soldani, komm mal her zu mir. Ja, warte, ich komme. Komm mal her. Also, ich bin gerade auch ruhig am Rennen und so. Und platziere mal an der anderen Tür, an der anderen Tür auch C4. C4. Das ist das hier. Das war es einfach an die Tür kleben. An die... Werft es einfach an die Tür. Einfach hinwerfen, oder wie? Ja. Und dann kannst du es mit deinem Fernseher und das später zünden. Ja, aber es sieht man doch. Jetzt sieht man es. Ja, nee, wenn du es von hinten dran wirst, dann nicht. Ach, shit. Also, du platziert es einfach scheiße. Ja, ich habe das Scheiße platziert. Kannst du es wieder abplatzieren? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, komm schon. Ich bin so eine Darni... Was passiert, wenn ich drauf trete? C4 drauf treten? Ja. Du meinst M18. Oder meinst du C4? C4. Digga! Ich kann das nicht wieder abbauen. Hör, dann lass uns das einfach. Der sieht scheiße aus. Mir egal. Komm mal mit. Warte. Ich will doch die Tür anbringen. Ich hoffe, irgendein Idiot fällt jetzt einfach rein. Das würde ich so... Oh, warte. Ich baue hier gerade. Weißt du, das ist so mein Minecraft Let's Play. Halt die Teiltippen, Leute. Und herzlich willkommen zu meinem Minecraft Let's Play. Wir let's playen heute Minecraft. Im Multiplayer. Mit Waffen. Und Oni. Ach, egal. Ich habe die Tür kaputt gemacht. Jetzt kannst du mal aus. Okay, ich bin... Och, komm Dani. Ich habe hier hinten was platziert. Und jetzt, pass auf. Jetzt mache ich hier erstmal den Weg zu. Mach da einfach hier den Weg auch zu. Dann müsste sich hier jemand durchbauen. Nein, pass mal auf Dani. Das ist mal was noch cooler. Komm mal mit. Wir gehen jetzt hier rein. Und dann machen wir hinter uns zu. Achso, ich dachte, wir reparieren jetzt meine Dummheiten. Okay. Nein, nein. Die können wir nicht hinter mir. Oh. Lila! Woo! So, und wenn jetzt hinter uns jemand kommt, dann zünden wir ein C4. Ich wollte hier mal so ein bisschen raus-snipern. Ob ich irgendwas sehe. Da ist die Weltgrenze. Echt? Ja. Warum treffe ich Zombies? Aber wenn ich auf alle anderen ziehe, dann nicht. Sie ist nicht so viel, Dani. Das ist laut. Du hast recht. Damit locken wir noch Zombies an. Äh, ich meine Menschen. Wir verbarrikadieren uns. Wenn jetzt hier jemand die Tür aufmacht, ne? Wir müssen da genau hinführen, wenn da jemand die Tür aufmacht. Also reden wir jetzt nicht mehr. Oh. Ja. Okay. Jetzt kommen die zehn Minuten Schweigen, wo ich einfach nachsynchronisieren werde. Und jetzt werde ich einfach so nachsynchronisieren und ganz viele Blondinenwitzel hintereinander packen. Alles klar. Das ist safe cool. Ich gucke gerade mal da durch, ob ihr irgendwo. Boss. Alles safe. Okay, okay. Ich habe ihm Boss genannt. Oh, guck mal. Extrem verzockt. Und die haben jetzt auch nur noch null. Ja. Wird doch nicht so schlecht. Doch, eigentlich schon. Dani, wir könnten unser scheiß Ziel noch erreichen. Nicht die ersten. Woo! Okay, das ist ein Zombies. Zombies. Weißt du, irgendwie... Ich konnte vorhin locker bis zur Tankstelle sehen. Und jetzt irgendwie nicht mehr. Hä? Ja. Ja. Warte. Sichtweite. 18 Chance! Meister Song. Okay, dann setz ich uns weiter in. Weißt du, Kalle und so sind noch oben auf dem Berg. Wäre ja dumm von denen. Ich habe mir Kalle eine Abmachung. Ich habe gesagt, wenn er mich tötet, muss er immer nice, nice, nice sagen. Mal sehen, ob er es macht. Das will ich jetzt in seiner Aufnahme sehen. Leute, schaut euch Kalles Aufnahme mal an und sagt mir, ob das gesagt hat. Dann hier machst du die Tür hin. Gib mir die Tür wieder. Ach, die liegt noch da. Oh, was. Und vor allem, warum ist hier unten alles voll? Was hast du denn getan, Dani? Was hast du getan? Weil man den Block unter C4 abbaut. Dann sinkt es einfach nur runter. Man kann es nicht abbauen. Weißt du, wie doof ich... Ich baue da jetzt einfach Wolle drüber. Nimm die Tür. Setz diese Scheiß-Tür wieder hin, Dani. Was machst du hier? Kaputte Sachen. Aber dass du das beim ersten Block nicht gemerkt hast. Doch. Aber dann habe ich aus Versehen, dass du weiter C4 gesetzt. Sag mal, jetzt werfe ich hier erstmal das C4 dann. So, das liegt jetzt direkt hinter der Tür. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder Angst haben soll, dass ich keinen sehe. Entscheidet du. Weißt du was? Ja. Ich setze jetzt erstmal nochmal die letzten beiden Wollblöcke. So, und jetzt habe ich hier mal C4 Remote. Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten. Bis jemand die Tür aufmacht. Ein Turn. Ah, das ist das Fenster. Oh. Ich schaue jetzt mal zu einer Seite da, wo wir hochgekommen sind. Vom Fenster raus. Das ist gerade irgendwie, gerade äh... Und da hinten, da hinten hast du gesagt, das ist die World Border. Ja, siehst du nicht, einmal rechts von uns ist die World Border und einmal da. Wir sind eigentlich von zwei Seiten ziemlich von der World Border erfasst. Also hinter den Wiesen, wo wir waren, ist ja auch die World Border eine. Aber es ist echt so ein Unglück, dass wir irgendwie immer an derselben Stelle spawnen. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtig ist. Das war sehr scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtig ist. Keine Ahnung, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich sehe einfach niemanden. Ist das was Gutes? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Wir wollen nur nicht als erstes rausfliegen. Rausfliegen, wir wollen nur nicht als erstes rausfliegen. Basti und extrem verzockt, fliegt raus, kommt bitte. Tut es für uns. Schaffen die schon. Das schaffen die schon. Schaffen die. Ich schaue jetzt nochmal hier andere Seiten. Aber da sind ja eigentlich überall pinke Blöcke, das macht mich irgendwie nicht auswirken. Ich weiß nicht. Das habe ich auch vorhin gesehen, so einen pinken Blöck und dachte mir so, hä, ist das jetzt jemand? Karl hat uns bestimmt vorhin gehört, oder? Entweder hat er uns gehört, wenn wir reloaded haben, oder ich war auch nicht gesneakt. Ich dachte mir, da hinter dem Baum, da sieht mich eh... Du sneaks nicht. Oh, Dani. Sneak einfach. Ja, jetzt sneak ich ja, aber ich war da nicht gesneakt. Ich dachte mir so, okay, da hinter dem Baum sieht mich eh keiner. Habe ja unten auf die geschossen. Ich wusste nicht, dass die dann hochkommen. Ja, so leuchtet es. Ach ja, wenn du jemanden an der Tür siehst, sag ich, ich zündest einfach. Ja. Ich sehe noch gar keinen. Weißt du, ich bin immer so der Mensch, der ist völlig verunsichert. Ich bin immer so der Mensch, der so sorglos... Sorglos-Paket. Ich bin so das rundum-sorglos-Paket, quasi. Wir müssen jetzt irgendwelche dummen Witze reißen, so richtig billige Deine-Mutter-Witze oder so. Das mögen die Zuschauer. Ich bin so eine Mutter-Witze. Weißt du, Deine Mutter ist so behaart, ne? Nein, okay. Äh. Oder Blondinen-Witze. Radio! Alter, wenn es Menschen gibt, um so eine Position verraten, ich weiß genau, wer das ist. Ich hab so den aufgetrennt! Oh nie, es tut mir leid. Ich weiß genau, wenn ich keine Waffe mehr in die Hand geben würde. Ey. Ebenso wenig im echten Leben. Zombie-Apokalypse, du und ich? Ich sehe schon, Oni gibt mir irgendwann doch irgendwie so eine Waffe in die Hand und ich erschieße den erst mal. Ja, du knallst dich einfach gnadenlos an. Und so, Dani, du hast damit aber nicht auf Menschen ziehen. Und dann so, BÄM! Hast du gerade was abgebaut? Ja. Mein Gott. Verrät's voll unsere Position. Willst du abbauen? Ja, es ist voll laut. Oh, bist du das in unserem Raum? Ja. Sehst du gerade, dann sneak dich! Mann, hier ist keiner! Die sollen doch kommen! Ich will Action! Will auch Action! Ja, ich will auch Action! Baut erstmal Blöcke hin! Das Problem ist, bei uns ist das Action mit zehnmal mehr Adrenalin geladen. Weil ich so inkompetent bin, weil wir nur, nur Leben haben. Wäre das gemein, wenn ich jetzt sage, beide sind. Ich habe gerade neue Granaten bekommen. Ja. Fünf Minuten sind um, wo wir nichts tun. Oh, scheiß Camper, Alter! Wir sind so voll karte Camper! Ich würde sagen, wir sollten uns aber auch entsneaken, weil langsam wird es doof, weißt du? Ja, weißt du, was ich Bock habe? Ich habe eigentlich mal Bock, irgendjemanden zu killen, aber irgendwie. Wir sind so krasses Sneaker! Weißt du, Apo West würde uns kaufen, so krasses Sneaker sind wir! Digga! Das war hinter uns, oder? Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Oh fuck, das sind welche. Dani, pass auf, das sind welche. Digga, spreng es! Ich sneak mal nicht, ich sneak nicht, ich sneak nicht. Digga, du wolltest Action! Ja, weiß ich, die habe ich ja jetzt auch. Mir ist das zu viel! Das war ich. Warum ist es dunkel, Blankgranate, oder was? Die haben, die haben, ja. Flashes. Ne, auch Granate. Extrem verzockt und ballt. Nein, die laufen. Töte sie, du kannst das. Wie soll ich die töten? Indem du auf dich schießt, die haben auch nur noch null Leben! Ich weiß nicht, wo die sind. Die sind hier vorne. Um die Ecke. Wo bist du? Hier vorne, siehst du mich nicht? Hier auf der anderen Seite, am Fenster. So, bei mir leckt es wie scheiße, deshalb. Weißt du was, da nicht? Wir gehen jetzt einfach ein bisschen drunter. Ich komme ja nicht weg. Ich muss aus dem Fallschirm springen. Dann kann ich auch nicht weg. Wir müssen jetzt kämpfen. Wir müssen es riskieren. Ohne, wir müssen es... Ich warf mal eine Granate. Da bin ich. Ich bin hier bei der... Ne, der steht und ich habe ihn gesehen. Oh Gott, ich habe was abgekommen, glaube ich. Die sind wieder zurückgegangen. Wir müssen jetzt angreifen. Ich hoffe, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, bin ich blöd. Ja, schon so ein bisschen. Das passiert, wenn wir zwei Dinger verwirklichen. Ich glaube, ich sterbe. Ich stirbste nicht, Dani. Du stirbst! Ich kann... Ah! Ich habe eine Fallschirm noch geöffnet. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin runtergefallen. Ich laufe. Ich laufe. Ich bin runtergefallen. 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 Vielen Dank.